Die United auf Manchester noch erzielen, um das Wunder zu vollbringen und bei der ersten Teilnahme hier in Riesa gleich das Halbfinale zu erreichen. 3 zu 1 die Führung für den Zweitligisten für die lila-weißen Erzgebirgler aus Aue, die also jetzt hier in dieser zweiten Halbzeit von rechts nach links. Das Foulspiel an Fabian Müller kam über die Rolle des Ergänzungsspielers auch nicht hinaus. Acht Spiele hat er gemacht, Fabian Müller, da ist er wieder am Ball, auch einer für die rechte Seite. Kevin Hams, der durfte noch kein einziges Mal in der Startelf spielen. Das Problem beim FC Erzgebirge Aue hatte Gerd Schädlich eigentlich schon lange erkannt. Die Leistungsträger über viele, viele Jahre, ein Emmerich, auch ein Kurt, sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Die entscheidenden Spieler bei den Feilchen meistens schon an die 30 oder auch drüber. Und man hat es vielleicht verpasst, den großen Umbruch ein bisschen früher zu vollziehen. Jetzt in der laufenden Saison ist das ohnehin nicht mehr möglich. Aber schon oft hat man sich ja aus kritischen Situationen dann noch befreien können. Und traditionell spielt ja eigentlich Aue eine richtig gute Rückrunde. Und so eine brauchen sie ganz sicher auch in dieser Saison. Klares Faulspiel hier an den Kapitän, an Jörg Emmerich. Und wir sehen noch mal dieses Lattenfund hier der Engländer. Da hatte Stefan Flauder überhaupt keine Chance. Und es war der Torschütze, es war der Sechser, Adam Turner. Jetzt wohl endgültig, alles klar, das 4 zu 1 für den FC Erzgebirge Aue. Und der FC Erzgebirge Aue folgt also den sehr souveränen Cottbussern in Zeitfinale. Trotzdem, der Auftritt von Manchester hat Spaß gemacht. Und die Geschichte von diesen Jungs irgendwann einmal, bin ich sicher, sehen wir die im Kino. Ich glaube, hier gab es sogar noch einen Körperkontakt des Torhüters Phil Puesley am Bein des Auers. Sei es drum, die Sache ohnehin relativ klar. Keine Frage, wer dieses Spiel hier gewinnt. Noch ein besonderes Angebot von uns an Sie. Denn das DSF verschenkt Gutscheine für eine 5-Sterne-Nielkreuzfahrt. Jeder, der anruft, jeder kommt definitiv auch durch. Sichern Sie sich jetzt Ihren 5-Sterne-Gutschein für einen 7-tägigen Aufenthalt auf einem Miel-Kreuzfahrtschiff. Das Ganze für zwei Personen, inklusive Heilpension. Wählen Sie die 0137 989 9000 und schon gehört dieser Gutschein Ihnen garantiert. Jeder kommt durch und jeder gewinnt. Normalerweise müsste jetzt Aue einen Gang zurückschalten. Die Sache ist klar, ein bisschen Kräfte bündeln, sammeln für das jetzt schon sichere Halbfinale. Aber wer wartet dann auf Aue? Also Duisburg ist durch und wer folgt den Meiderichern? Ist es Lok Leipzig oder ist es doch noch der FC Carl Zeiss Jena? Christian Simund, auch für ihn ein ganz ungewohntes Gefühl, mal vor einem großen Publikum zu spielen. Auch in dieser Saison noch keine einzige Zweitligaminute für den 13er. zisein für geleemor. Natürlichin wird aber nicht mehr so ausgeführt werden. Seitdem aber gut verändert sich andere in den lingkeiten här! Äthi Entwicklung stellen wir uns in Aviertel, wo wir wollen noch einmal in dorthgendwo überlegen. Es ist genau so, wie wir es vermutet haben. Aue versucht jetzt in aller Ruhe das Spiel nach Hause zu schaukeln, den Ball laufen zu lassen. Man wechselt jetzt auch ein bisschen häufiger als sonst. Also alle Konzentration, alle Kraft dann für das Halbfinale, womöglich dann der Gegner der MSV Duisburg. Es sei denn, Lok Leipzig landet ein Kanter-Sieg dann beim letzten Gruppenspiel gegen Jena. In Duisburg gewann ja die erste Partie gegen die Thüringer mit vier Toren Vorsprung. Also genau so eine Differenz bräuchte dann Lok Leipzig schon. Aber ich kann mir vorstellen, die Loksche wären auch schon mit einem Unentschieden zufrieden. Denn auch ein Punkt würde ja schon reichen und man hätte das erste Mal überhaupt das Halbfinale erreicht. Jetzt hier der fünfte Streich und Fabian Müller mit seinem Erfolgserlebnis. Und das zweite gleich hinterher, wieder ist es Fabian Müller. Also der FC United of Manchester, der lebt ja von vielen, vielen kleinen Sponsoren. Sie werden von diversen Unternehmen unterstützt. Und sollten Sie das nächste Jahr wieder hierhin anreiten, vielleicht findet sich ja dann auch einer, der Ihnen Hallenschuhe spendiert. Denn das ist schon wahrlich nicht einfach, mit Noppenschuhen hier in der Halle anzutreten. Und irgendwann einmal tut es auch richtig weh. So, die Halle füllt sich wieder. Die frisch gestärkten Fans von Lok Leipzig sind von ihren Erfrischungen zurückgekommen. Sie stimmen sich schon mal ein, haben womöglich dann doch dieses Negativerlebnis verdaut, als man ja quasi in den letzten Sekunden doch noch den Ausgleich hinnehmen musste gegen den MSV Duisburg. Man stand schon mit anderthalb Füßen im Halbfinale. Jetzt muss man allerdings zittern. Und ich kann mir vorstellen, noch so eine desolate Leistung wie beim ersten Spiel. Wird sich Henning Bürger auch nicht gefallen lassen vom FC Carl Zeiss Jena. Also das wird gleich ganz sicher eine viel spannendere Angelegenheit, als hier der Showdown der Gruppe B. Zwischen Lok Leipzig und dem FC Carl Zeiss Jena. Hier ist es nur noch eine Frage der Höhe. Wieder ist es Stribic für ihn schon das dritte Turniertor. Das zweite in dieser Partie. Sagen wir mal, wie steht. 7 zu 1 für jetzt noch ziemlich heftig erwischte Briten. Und gleich das achte, hinterher, das war der Mann von der Außenbahn, Carsten Stressa. Hat ja schon einen Abstieg hinter sich. Carsten Stressa musste die Klasse verlassen mit der Spielvereinigung unter Haching. Haching kamen dann gemeinsam mit Feltan aus Unterhaching nach Aue. Also nicht, dass die... Das war's nicht, dass die Klasse unserer ganzen